Willkommen zu einer weiteren Folge Meistlichen Monsters. Wir platzieren mal heute in diesem Video das Fidil. Genau, das ist auf jeden Fall so ein saisonales Monster und ich werde es auf jeden Fall zum allerersten Mal platzieren. Und let's go Leute. Es hat einen sehr, sehr geilen Geigensound, genau. Das würde ich schon mal sagen und keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich es hammermäßig. Na, ich habe es schon ein paar Mal angehört bei verschiedenen YouTubern und genau, ich finde, der passt richtig gut rein. Let's go. Da ist er. Geil. Ja, geil, Alter. Nice. Ich glaube, noch mal. Ah, wie schön einfach. Geil. Vielleicht noch mal? Ich weiß es gar nicht. Ja. Geil. Hammer Monster, finde ich. Ich glaube, ich würde auch sagen, ich weiß, ich habe viele Lieblingsmonster. Es ist, glaube ich, auch eines meiner Lieblingsmonster tatsächlich. Sorry, dass ich so viele Lieblingsmonster habe. Ich glaube, ihr könnt mich verstehen. Ähm, auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall die Feeninsel. Ähm, ich weiß gar nicht, was mir da fehlt. Ich glaube, der Elefant fehlt mir noch. Ähm, der kostet aber auf jeden Fall diese Relikte und ich glaube, noch so ein anderes Monster. Ich glaube, was war das nochmal? Auch irgendein Monster für Relikte, glaube ich. Okay. Genau, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ich glaube, ich muss das Video ein bisschen cutten. Ich hoffe mal, das ist für euch so in Ordnung. Ähm, weil ich ein bisschen was rauscutten muss. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.